Wir brauchen die Vereinigten Staaten und ich bin, das will ich auch mal sagen, also das hört sich jetzt alles so politisch an und ist toll und ja gut und es macht auch wieder viel mehr Spaß, ehrlich gesagt. Na ja, zuerst hatten wir Trump und dann kam auch noch das Virus. Das hat alles wirklich extrem kompliziert gemacht. Jetzt hoffe ich, dass wir das Virus in den Griff kriegen. Wir haben wirklich so viel gemeinsam und ich glaube, es gibt auch einen so großen Willen auf beiden Seiten des Atlantiks, die Gemeinsamkeiten jetzt auch zu gemeinsamer Politik zu machen und darüber bin ich sehr, sehr froh.